Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass ich die Schau richten durfte. Und jetzt bleibt mir noch die Ehre, die endgültige Entscheidung zu gewirken über den Besandtschämtchen. Ich möchte, Herr Kolam, sagen Sie, dass es ein sehr schweres Schamppion zu gewinnen ist. Ich glaube, Sie sind uns einig, dass Sie hier im Ringen komplett sehr gute Tiere stehen. Die ganze Schau hat mich begeistert, wie die Qualität sich die letzten Jahre hier gesteigert hat. Die Züchter haben sehr viel getan hier für die Limousin-Zuchte in Tschechien, haben gezielt besamt, haben gezielt gute Tiere eingekauft und hier sieht man dann auch das Resultat. Daher hätte ich jetzt gerne einen kräftigen Applaus. Ich möchte hier sehen, dass die Projekte investiert haben, dass sie ihre Umstände investiert haben, ihre Drogenetik, und sie realisieren diese Projekte. Die Qualität der Limousin in Tschechien hat eine sehr gute Tendenz. So, und für mich heute das kompletteste Tier dieser Schau, der ist ganz zum Schluss dazugekommen, aber für mich, der die Rasse am besten darspiegelt, ist für mich dieser Problem. So, Schapionem von der Rasse am Montagentur in der Rasse am Montagentur, ist unser Kind der Rasse am Montagentur.